Hallo und Willkommen aus Füken Rital Ich hab kein Bock auf die Aufmerksamkeit Ich bin aus dem Ehrung und den Lied bin ich nicht Bitte abonniert meinen YouTube-Könner hierher Holst du mich bitte? Ja, bin grad dabei dazu kommen Aber ich muss erstmal noch die Pisten schnappen Bist ein Pisser Er ist voll random Ich hab irgendwie die ganze Zeit einen Zuschauer, ist voll stressig Aber cool Also irgendein AFK-Typ Ist du los? Ja, find ich nicht Schade Hm Jo, das ist ja ein geiler Heli Da flieg ich nicht Schade, ich flieg anscheinend Danke Martin, Alter Achso, es hat den Heli mitgetroffen Ich hasse dich, ich hasse dich so sehr Ich wusste nicht, dass das den Heli trifft Hab ein Fahrzeug von den Rebellen angefordert Der Heli raucht auch, Malte Der brennt sogar Der Heli ist kaputt Ich hasse dich Alarm am Start Hab den Alarm ausgeschaltet Die Rebellen kommen und lenken sie ab Hab die Rebellen um Mörserfeuer gebeten C4 in Position Ne Cool Frag dich nicht Ich bin ehrlich, das verstehe ich Wenn ich du wäre, würde ich mich auch nicht mögen Oder andere Seite, wenn ich nicht du wäre, wäre ich lieber ich Das ist lustig Das ist lustig Das ist eigentlich voll geil Alisa, Pisa Ich hab ein Auto, was wir nehmen können Mal sehen Echt so lustig Naja, das ist da, Alter Und jetzt fahre ich erstmal irgendwo gegen Okay, ich komm mich Du park, man Ich komm mich ins Schütze rein Hier ist noch ein unbekannte Ort Lass mal kurz da Ja, da steht auch gleich ein Heli Sehr gut Ich muss noch kurz markieren Alwarte mal, ich steig hier vorne nochmal kurz aus Hier ist noch so eine kleine Kiste mit irgendwas drinnen Wo? Da vorne, ich glaub in den Haus hier Also ja Ich block die Tür Da ist ein Ölcontainer Den können wir gut gebrauchen Weil Öl brauch ich Wirklich 250 Ich hab nur 50 bekommen Ja, der, 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 der es nimmt Kriegt wahrscheinlich mehr Ja Erklärt's, ist erklärt Das ist erklärt's Warum ich immer so wenig hab Warte auf mich bitte Wie viel hast du bekommen? Äh, hier war einmal 50 Einmal 100 Und einmal Und einmal Und einmal 250 Ja, dann ist das random Ich hab nämlich immer Ich hab nämlich auch 250 bekommen Beim 100 habe ich 50 bekommen Und wo du 50 hatte, hab ich 100 bekommen Also es ist random scheinbar Der Nord-Ost-Konflikt, Madi Der Nord-Ost-Konflikt, Madi Boah, das ist richtig krebs, so zu fahren, Alter Natürlich Fährst du denn lang, Alter Den Weg fahr ich lang Den Weg fahr ich lang Der sieht irgendwie Der sieht irgendwie ziemlich geil aus Guck mal, Malte Siehst du's? Nee Weil ich ein Geschütze zu Ein Geschütze sieht alles kack aus Also macht hier vorne Feinde Der Gartenzaun Ich kann da nicht durchschießen Ich rufe die Rebellen zur Ablenkung Die Rebellen schicken ein Aufklärungskommando Tango ist tot Oh, guck mal, wie ist so traurig aus hier irgendwie Du bist ein Kindergarten, Madi Nee, jetzt ist so ne Tagesschule Äh, Malte, ich kann mich Ich kann nix mehr machen Du musst mich mal kurz sprengen, bitte Ich kann nix mehr machen Ich stehe in meiner Bewegung fest Ah, nee, ich war im Chat, alles gut Ich leg ne Mine für unsere Sicario Freunde Ja, wie soll ich das jetzt Guck mal, hier, guck mal hier Hier ist ne äh, Kinder Guck mal hier, hier ist ne äh, Kinder Guck mal hier, hier ist ein Bild Mit irgendwelchen zwei Eltern oder so Ah Richtige Reaktion Granate fliegt, nehmt das Na gut, ich flieg dann schon mal So Oh, guck mal, wie Rebellen hier sind Das macht schon Bock, wenn Wenn man weich mal kann, so viele holen Uiuiui, da vorne werde ich mich mit der Unidata legen Da freu ich mich schon Ist ne beschissene Idee Ist ne beschissene Idee Ich weiß, ich hab gar nicht voll Bock drauf Guck mal, ob ich die genommen hab Ey, die leben noch Die baggen in der Luft, Malte Ey, ich würde jetzt sehr gerne ran fahren Boah, das sah mega traurig aus Naja So ist das nun mal So ist das in der Welt, der eine hat den Beutel, der andere nicht Lol Guck mal, Jau, das ist ein Friedhof, das wird lustig Jause Vielleicht hängt da wieder so einer mit dem Krakenmund, Alter, weißt du noch? Das war geil Aber wir sind keine Feinde Aber das trotzdem ein bisschen Grabschleinigung machen, ne? Wow, ja, 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 ja Warte mal, ich hab ne mega Idee Ich mach Mörser Ja, ich mach Mörser rein Das ist geil Hahaha, Grabschleinigung Habt die Rebellen um indirektes Feuer gebeten Ui Setze Drohne ein Das ist lustig, ne? Oh, ist das schön Wirklich, oh, da darf ich da Das warme ins Herz Und jetzt noch die Zivilisten hier erschießen, okay? Sehr gut Hier ist schon mal den Fluchtschrauber, Mati Der Fluchtschrauber Okay, jetzt alle Zivilisten sind tot, Malte Das war lustig Wir sind auf Friede gekommen Haben in die Luft gejagt und alle Überlebenden erschossen Walla, wir sind absolute Ehrenmänner Kannst du rennen, Doppelkind? Jut, 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 jut Aber sowas können halt Walla absolute Ehrenmänner machen, ne? Hier vorne müssen wir einen Hubschrauber klauen Und ich werde übrigens nicht hinkommen Ja, ich hab's gemerkt, du bist viel zu früh rausgesprungen Jut, warte, du bist nicht zu spät rausgesprungen, du Hesliga, komm wie weit unten du bist Ich komm easy hin, du Hesliga Am besten kreieren wir erstmal alle beim Hubschrauber Und dann holen wir den Bonuspunkt Ey, jetzt sieht aber eigentlich Waldbar das Guck mal, jetzt sieht's aus wie ein Harz hier Nein, jetzt sieht's nicht Doch, irgendwie schon Ich hab'n Heli, Malte Ist mir auch egal, wir müssen hier vorne ja einen Heli klauen Wenn ich Glück habe, bin ich eher da als du Ich bin schon da, Mati Malte, unser Heli ist nicht kaputt gegangen Der fliegt noch Der ist einfach, der ist einfach gelandet Realismus Zweites Ziel da drüben Ich wurde nicht entdeckt Ich zähle 5 Gut, lass die ganze Basis am besten clean Ich hab'n Heli gesprengt, weil jetzt sind die Aufmerkungen geworden auf mich Ziel getroffen Hab'n die Rebellen um Verstärkung gebeten Okay, lass snipen Weil ich, ich kämpfe Ich hab'n kaputulierenden Feind getötet, schade Oh, ist das gut Das hat die Würze In der Kürze ich die Würze Okay, jetzt lass kurz die Base ausräumen der Klass mit den Heli clean Oh ne, hier ist ja so ne Er ist irgendwie so ne geile Waldarbeiter Base Mhm Ich bin tot Naja Die Waldarbeiter sind brutaler als gedacht Heindlicher Heli Sehen Sehen Also wenn du mich hochholen würdest Dann hätte es Gar kein Problem Gesein Ich will erstmal ein Heli natzen Du wilde, 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 man Du bist so gierig Wirklich Jetzt Wie lange hast du noch? Ich hab noch unendlich Zeit Ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' unendlich Zeit doch kein geld denn ich bin so nun mal reich muss sagen jetzt bist du bei mir und da gehst du wieder weg das fasch ist schlimm wie so ein backen backen der lattenrost willst du dir das leben nehmen habe ich zu sagen das war die folge wenn es sich gefallen das gerne am hotel bis nächste tschüss